Wir waren die letzten zwei Tage im Messestus unterwegs in Luxor, haben zu Beginn den Karak-Tempel gesehen, sehr schön zu sehen. Wo waren wir danach? Im Tal der Könige waren wir noch. Wir haben den Luxor-Tempel gesehen, ist auch sehr schön anzusehen. Das Essen war auch sehr gut in den Restaurants. Man hat sich sehr gut um uns gekümmert, auch wenn mal ein Bus ausgefallen ist, war sehr schnell Ersatz da. Oder wenn mal die Straße nicht lang fährt, fährt man eben mal schnell zum Bus. Geht auch? Ja, ich habe es schnell um uns verantwortet, weil es irgendwelche Komplikationen gab. Die Reiseleitung war sehr gut. Alle Erklärungen, konnten alle Fragen beantworten werden. Ich muss persönlich sagen, Luxor als Stadt finde ich persönlich nicht sehr anreizend oder sehr schön. Aber die Tour mit der Reiseleitung von Memphis macht es sehr friedlich auf jeden Fall. Also es wird sich auch bei den ganzen Stationen rumgekümmert, dass möglichst nicht zu viel drumherum von den Ägyptern Stress gemacht wird. Oder man viel belästigt oder genervt wird wegen irgendwelchen Sachen. Also sie geben sich schon Mühe, dass man da möglichst gut durchkommt. Und ich gebe auch vorher Tipps, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Dass man keine Sachen annehmen sollte zum Beispiel oder Sachen kaufen sollte, weil sie doch versuchen, meistens über das Ort zu hauen. Das fand ich schon sehr gut. Also das wurde gut, dass sie sich um uns gekümmert. Danke. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.